190 Treis an der Lomda ist ein Stadtteil von Stauffenberg im Landkreis Gießen in Mittelhessen, Lage und Verkehr. Treis an der Lomda liegt an beiden Ufern der Lomda am Hang des Totenberges und bildet topografisch im Lomdatal die Tallänge. In West-Ostrichtung verläuft die Landesstraße 3146 durch den Ort. Der Ort hatte einen Bahnhof an der Lomdatalbahn, die 1902 erbaut und im Personennahverkehr am 30. Mai 1981 stillgelegt wurde. Busbedienung besteht seit den 1970er Jahren über Loller nach Bahnhof Gießen, heute hält die Buslinie 520 des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Durch Treis verläuft der Radwanderweg Lomda-Wiesheck, der in Loller Anschluss an den Lantalradweg hat. Geschichte der Bereich um Treis war schon sehr früh besiedelt. Das beweisen die überhängenden grottenartigen Quazitfelsen, die Menschen in der älteren Steinzeit als Wohnplätze dienten. Die älteste erhaltene urkundliche Erwähnung des Ortes stammt von 1237. Die Kirche wurde im 13. Jahrhundert mit einem südlichen Flankenturm errichtet. Und vereint romanische mit gotischen Elementen am linken Flussufer befindet sich die Burg L. Haus, die 1679 erweitert wurde. Am rechten Ufer steht ein burghattig befestigter Hof, die Burgkreis genannt Burg am Wasser, mit Ringmauer, Eckturm und Rundturm. Der Bau war später Amthaus und Sitz des bis 1866 bestehenden Justizamtes Treis des Kurfürstentums Hessen. Die alte Försterei war vormals das Verwaltungsgebäude der Adelsfamilie Schutzbar genannt Milchling. In Treis an der Lumda werden im 17. Jahrhundert erstmals Juden erwähnt. 1861 lebten im Ort 72 jüdische Einwohner, die eine eigenständige jüdische Gemeinde mit eigener Begräbnisstätte bildeten. Deren Synagoge wurde 1829 erbaut und nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen, der jüdische Friedhof ist erhalten. Das Kurfürstentum Hessen unterlag als Verbündeter Österreichs 1866 im preußisch-österreichischen Krieg dem Königreich Preußen und wurde daraufhin von Preußen annektiert. Treis wurde dann allerdings im Friedensvertrag vom 3. September 1866 von Preußen an das Großherzogtum Hessen abgetreten. Im Rahmen der Gebietsreform in Hessen wurde die bis dahin selbstständige Gemeinde Treis an der Lumda am 1. Juli 1974 in die Stadt Stauffenberg eingegliedert. Ortsname in erhaltenen Urkunden wurde Treis an der Lumda unter den folgenden Namen erwähnt. Treise, Treise Juxdalunam, Treise Epprop Norteckin und Treise UFF der Lomme. Wappen Am 26. August 1970 wurde der Gemeinde Treis an der Lumda ein Wappen mit folgender Blasonierung verliehen. In Silber unter einem roten Schild haupt ein mit einem silbernen Kirchturm belegter roter Pfahl. Beseitet von je drei Schwarzen in der Spitze einander zugeordneten Herzen, Persönlichkeiten. Wolfgang Schutz war genannt Milchling von 1558 bis 1567 für Stab der Reichsabtei Fulda. Wilhelm Butte, Gymnasiallehrer, Prinzenerzieher, Pfarrer, Professor für Statistik, Königlich-Preußischer Regierungsrat. Heinrich Will, Kunstmaler, Thomas Hertche, Schriftsteller.